Du, Vito. Ja, Hannes? Der Satanismus ist voll in der Krise. Äh, wieso das? Naja, weil man MP3s so schlecht rückwärts abspielen kann. Ja, das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Leiser fahren hab ich schon immer gehasst. Vorbedingung, nur zum Zweck ohne Spaß. Ich weiß, dass das dicker vernünftig ist. Naturschutzmäßig der totale Mist. Ich hab die Arme lieber grün als rot. Bin ein ganz normales Bidiot. Ich hab auch schädlich mit dem Ohr im Zoff. Ich bin ein Sohn, doch nur mehr. Mehr Stoff. Mehr Stoff. Mehr Stoff. Blitz, sie zogen meine Lappen ein. Dann muss ich jetzt auch nicht mehr nüchtern sein. Ladenschluss, das ganze Bier ist leer. Wo krieg ich jetzt noch Fischen-Treibstoff her? Ich will ja nicht einfach nur viel Promille. Ich hab gecheckt, ihr wisst schon, was ich will. Mehr Stoff. Mehr Stoff. Mehr Stoff. Mehr Stoff. Mir ist unklar, dass das nicht gut aussieht. Sau, sie wohnt Rasserei in einem Lied. Doch hab ich noch ein blitzes Argument. Eine Bedrohung, die wohl jeder kennt. Es sei, dass gäbe es hier einen Plan. Die fetter Frauen sind die wenigen, wir haben sie an. Die fetter Frauen sind die wenigen sich stil. Ich hab' doch sicher schon daran, was ich will. Mehr Stoff. Mehr Stoff. Mehr Stoff. Festes Verbrechungsboot und kommst in Atemnot. Und auf die Stoff-Sauer für die Atem-Power. Bitte was? Das ist jetzt irgendwie nicht mehr so cool, oder? Bisher war der Text jetzt. Nee, Stoff-Sauer. Nein, Hannes, also wirklich. Weißt du, wenn wir den Text jetzt irgendwie weiterführen wollen. Sinnvoll. Ja, da brauchen wir halt einfach noch mehr Stoff. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018